Oh, Alter, Maus-Empfindlichkeit bei 3000. Hä, wieso seid ihr schon drin? Hallo, wartet auf mich, ich bin noch draußen. Hä, was ist denn? Ich wollte es aber, wie du rennst. Wie rennt ihr denn? Oh, ich hab hier so wenige FPS, ey. Guck dir mal an, seine 10. Ey, wieso zeigst du dir deine 10? Guck mal, Natalie, guck mal die 10. Die ganze 10. Wie sauer ist, ey, guck ihn dir mal an. Die sehen richtig mürrisch aus. Ihr alle, ihr alle habt die 10, Alter. Boah, die FPS. Also, wie hier läuft, ey. Ja, geil, ne? Vielleicht ist nicht mehr so lustig. Was ist das? Warum ist da eine Spinne mit... Warte, die hat was am Rücken. Ja, die muss auch so. Ich hab den Schlüssel. Also, hier sind wir einmal reingelaufen. Also, hier ist es immer so... Hier ist es irgendwie ein Safe-Raum. Genau, das ist ein Tipp, wenn ich da drin abfalle. Oh mein Gott. Siehst du diesen Schrank hier? Ey, geh am besten nicht in diesen Schrank rein, ne? Wieso, ich wieder rein? Wie gehe ich denn? Das sind wir mal durchgeklippt und dann konnten wir nicht mal weiterspielen, ey. Ja, wow. Das war wirklich richtig voll geil. Danke, ist ein bisschen... Oh, jung, jung, jung. Was ist hoch jetzt schon wieder? Hä, was ist da? Kommt da? Nein! Bleib mir draus, bleib mir draus. Natalie, geh mal vor. Ich will nicht. Ich bin schon vorne, hier ist niemand. Was ist denn da? Was ist das? Fährst du das? Das ist ein Feera. Los, geh mal hin, frag ihn mal. Hallo. Ob er Wackelpudding mag. Hi. Du da? Huah! Oh! Wer schiebt mich so schiebt? Ich bin schon wieder in die Reine. Oh, ich bin schon wieder geschoben. Weg! Wer hat mich denn weg geschoben? Oh mein Gott, wer kommt? Ich mach die Tür zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer kommt? Oh mein Gott, wer kommt? Oh mein Gott, wer kommt raus? Oh mein Gott. Ich hab mich geschoben. Sag mal, lass mich hier rein. Sag mal, lass mich hier rein. Hä? Sag mal. Sag mal. Wir müssen jetzt... Wir müssen... Ja, die haben mich voll für... Für 10 Cent, Alter, auf den Cosmic Automat und hier verkauft. Okay. Was muss man eigentlich noch machen? Ja, was... Ich wollte grad sagen, was ist denn überhaupt der... Was... Bevor wir jetzt wieder gleich loskreischen, was ist das Ziel? Wiegel oder so. Genau. Was war das? Wir müssen... Genau. Wir hier draußen sind Spinnen, ne? Die Spinnen aufsammeln. Da müssen wir irgendwie irgendwas opfern. Hier sind irgendwo irgendwie Köpfe, die wir glaube ich aufsammeln müssen. Dann drin laufen diese Viecher. Irgendwo so eine Spinne, die dich auch jagt. Wir müssen eigentlich von Raum zu Raum gehen und ein paar Sachen finden. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Was ist das? Wir müssen es aber aufteilen. Das ist nicht so lustig. Nein! Ich will irgendwo mit einem mitgehen. Ja, du gehst mit mir mit. Okay. Okay. Natalie, du gehst in den Keller. Nein! Oh, genau. Wir müssen erstmal Kohlesäcke sammeln. Äh, er schneit hier im Haus. Das ist Staub. Hier wischt einfach keiner. Das ist meine Wohnung, weiß ich nicht. Boah! Ja, ich hab mich einfach... Der will das schon! Oh, da ist noch eine Kette. Oh! Oh mein Gott. Jumpscare. Hä? Was ist gar... Ja, das kriegt immer nur einen Jumpscare. Ja, hier gibst du meinen Jumpscare und so. Okay, wir müssen auf jeden Fall Kohlesäcke. Oben. Ja. Die sind schon oben. Natalie ist einfach alleine unten. Ach so. Der ist so komisch halt. Oh mein Gott! Der ist... Der ist... Der kommt, der kommt. Hier ist ein Schneemann. Ich weiß nicht wie viel... Oh Gott! Oh! Oh! Ah! Wie viele sind von mir da? Ah! Ah! Lauf, lauf, lauf! Ich bin weg. Tschüss! Hilfe! Ich folge! Tschüss! Yo! Oh mein Gott! Der verfolgt mich! Oh mein Gott! Hä? Hilfe! Nee, ich lebe noch! Sind wir hier draußen? Kommt der? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind auf hier, Jamie! Tag ich! Oh, der ist draußen, der ist draußen! Der ist nicht! Oh mein Gott! Sorry! Willst du mich verarschen? Und ich bin wieder umgehauen, oder was? Willst du mich verarschen? Ist er umgehauen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kommt der Golem? Oh mein Gott! Golem! Ui! Ich lauf! Ui! Hey, David, kann ich dich irgendwie safen oder so? Äh, ich bin Haftag an dem Scheissnee, ey! Wenn du kommst, kannst du mich auch hoch! Ey, du, der läuft dir hinterher! Ich stehe in der Ecke! Der läuft in deine Richtung und haut irgendwo hin und ich sterbe! Ist ja noch Weihnachten, ey! Ich will was gruseliges! Ich will was gruseliges! Sag mal, was ist denn hier los? Natalie, aber komm, wenn du um die Ecke hier gehst, dann, wenn du, wenn du so sneakst, dann... Oh! Ich hab meine Taschen einfach ausgemacht, wie mach ich die wieder an! HM! Oh shit! Ah! Ah! Hier! Nein, 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 das Büro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Golem, der kommt! Der kommt gar nicht! Ich bin Sack! Das gibt's doch nicht! Hä? So! Ich bleib einfach hier, okay? Äh, wir sind da mir! Wir müssen auf jeden Fall nach oben gehen! Wenn ich in so ne Schrank gehe, bin ich dann safe safe? Das weiß ich gar nicht! Ich glaube... Kohle ist nicht safe, der ist hinter dir, also! Ich geh jetzt nicht raus! Hä? Oh Gott, oh weh! Lauf! Los! Los, einer, lauf! Olympische Spiele 2022, los geht's, einer! Warte, warte, dann will ich kommen! Die BDs gilt, ich loop die hier auch! Oh mein Gott! Geht's hier nicht irgendwo zum Keller? Oh mein Gott, Golem, der ist ja hinter uns! Oh mein Gott, noch einer! Ich weiß es nicht! Hä? Wieso gibt's denn diese... Wieso sind von denen gleich 30 Stück da? Oh, da ist was! Was ist das? Ich würd laufen, an neuer Stelle! Ich würd laufen! Hä? Kann man hier durch? Hä? Was ist das denn? Was ist jetzt los? Nein, oh mein Gott! Hä? 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 Was passiert ist? Ich bin tot! Oh nein, oh scheiße! Warte mal! Hier sind fünf von diesen Typen! Oh! Ich versuch dich zu holen! Warte, 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 warte! Hä? Funktioniert das? Ist da oben was, wenigstens? Nee! Komm schon runter! Jamie, kannst du zu mir kommen? Kannst du mir kommen? Kannst du mir kommen? Dreh ich um, und dann hier durch den Gang! Warte, ich hole mich nicht! Der ist da! Du bist echt ein Legistheniker! Da sind viele Leute von dir! Ich bin tot, danke Golem! Bitte schön! Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, ey? Sag mal! Brauchst du irgendwie ne Brille oder so, ey? Ich glaube sogar echt! Oh! Goldfisch! Goldfisch! Was war denn hier? Brinkbox oder was? Nee! Ach! Achso! Das war gut! Das war ich! Da kommt man hier! Au! Raus! Sag mal, ey! Die springen, das ist voll geil, ne? Hä? Ich gehe hier raus! Du musst da... Ja, ich bin hier oben! Ich bin selten! Kommt der hier durch? Der kommt da durch! Geht doch nicht! Nee! 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 Er hat kurz rein ge... Hallo! Er hat uns gesehen! Oh! Oh! Okay! Ich bin hier oben! Okay! Achso! Ja, die Tür ist zu! Könnte man das nicht... Könnte man das nicht machen? Wir fangen hier aus dem Fenster, glaube ich! Ich swan hier einfach durch! Kann man das jetzt nicht abmachen oder so? Oh! Lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf! 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 Oh Gott! Da ist der! Der sieht mich! Ich lauf! Der will mal einen Arsch, ey! Hier ist der Keller! Oh, das ist gut! Dann müssen wir die ganzen Kohle-Säckereien machen, ne? Hallo? Oh! Die Dame! Hä? Steht da... Die Dame! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der rennt halt auch immer nur euch hinterher, gell? 5.11. Ich bin schon unten! Der ist ja da immer noch! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh! Oh! Lass mich! Oh! Oh! Hat irgendeiner von euch Kohle-Säcke gefunden? Oh! Nein! Ich hab aber so einen Typen gefunden! Ah! Hier ist ein Kohle-Sack! Hä? Wieso ist hier ein Schneemann in der Wartemanne? Wieso ist hier ein Schneemann? Warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jumpscare des Todes! Man darf nicht sprinten! Du darfst nicht sprinten! Du musst nur so gehen, ne? Wie so ein Rennen, Alter! Hä? Hä? Was? Klatscht dir gerade? Hä? Kann ich hier durch? Oh geil! Oh Gott! Oh ja! Was war nochmal der Code? Weißt du's? Ja, ich glaub schon. Jemand kommt noch durch Thomas. Oh nein! Oh nein! Oh hi! Hi! Oh Jesus Christ! Lass mich hier durch! Ich hab Schlüssel gefunden! Ich hab Schlüssel gefunden! Schlüssel zur Bibliothek hab ich gefunden! Oh nein! Okay, ich hab schon mal zwei Kohlesäcke verbrannt. Ich hab auch einen. Ich kann noch nicht mehr. Ich geh da hoch, ey! Ich hab die Orientierung voll verloren. Oh Library! Kann ich da rein? Oh nein! Kann man nicht! Ahhhh! Oh! Oh! Ah! Stimmt! Ah! Äh! Ups! Äh! Ja, zwei auf einmal! Also ich kann nicht mal einhandeln! Oh mein Gott! Diese Spinne! Hä? Ah jetzt ist es! Oh mein Gott! Wo ist der dran? Ich glaub der kommt! Kommt der? Oh mein Gott! Lauf, lauf, lauf! Natalie, lauf, lauf, lauf! Wohin? Welche Richtung? Irgendwo! Lauf, 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 ich schaffe ihn auch zu sehen. Oh, der steht direkt hinter mir. Der Tod, ey. Nein. Warte, ich mach den runter, warte. Lauf, lauf. Scheiße, ich bin hier oben. Nein, ich will nicht im Kreis rennen, hallo. Bring runter, bring dich hoch, ey. Hier unten ist auch die Library. Wo ist die? Die Library? Ja. Ich hab ein kleines Problem. Oh, Jesus Christ, da war eine Spinne. Oh mein Gott, Achtung, Achtung, Achtung. Lauf, 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 lauf. Oh, shit, was zum Teufel ist jetzt. Natalie hat die einfach zu uns. Die läuft einfach bei uns vorbei, ey. Entschuldigung, oje. Die läuft einfach mit ihren Brays vorbei, ey. Willst du dich verarschen? Oh, nee. Lass mich doch endlich infrieden, ey. Hey, ich will den hochholen, Natalie. Oh mein Gott. Ziemlich verarschen. Ich weiß nicht, wo lange. Ja, ich weiß auch nicht. Versuch mal, unterwegs in seinen Schrank zu, äh, in seinen Schrank, äh, zu gehen. Ja, verschwinden. Ich glaub, die sind ja auch mit. Ich glaub, wenn die dich sehen, dass du da reingehst, glaub ich, äh, bist du versteckt. Du bist mal versteckt, ja. Ich hab was mit ganz, alles. Hi. Ich fänd keinen Schrank. Ich fänd keinen Schrank. Ich fänd keinen Schrank. Es ist zu laut, ich hab die Musik zu laut. Aua. Das war's. Welche Musik hast du zu laut? Der Ingame-Sound war immer ganz richtig laut. Hey, ich bin noch volle 100 Prozent, Alter. Das ist voll leise. Ja, ich auch. Und das war einfach so... You are James. Das war ja die Spießhoch drauf, ey. Ach. Ja, wir müssen auf jeden Fall, Dings, wie heißt das? Guck mal, Kohlensäcke in den Kessel werfen und die Ventile öffnen. Das haben wir letztes Mal schon geschafft. Die Kohlensäcke haben wir schon mal letztes in den Kessel geworfen, das weiß ich noch. Und dann müssen wir... Und dann müssen wir die Ventile aufdrehen. Genau, ich glaub, hier geht's in den Keller. Ich glaub, hier irgendwie oder so. War das nicht hier irgendwie? Nee, du kommst nicht mehr von außen rein. Das ist auf der anderen Seite. Ich hab einen Schlüssel. Hä, wir konnten... Den konnten wir doch nie von außen rein, oder? Nee, ich da... Du kommst von hier... Nee, 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 hier... Ich hab zwei Schlüssel. Hier dann links und dann rechts und dann kommt der durch. Okay, ich mach auf. Genau, wir müssen auf jeden Fall die Dings finden. Komm mal, alle Dings zum Keller rennen. Ich weiß, wo der ist. Direkt alle zum Keller. Oh, das ist noch nicht spinne, oder? Aber was bringt der Keller, wenn wir da jetzt hingehen? Oh, um, um, um. Tür auf, ich bin unten drin. Achso, nee, doch nicht. Ach toll, warte mal, warte mal, warte mal, warte, warte. Ich mach mal, dass die Kellertür von unten ab... Job King, das ist jetzt kein Verrücker. Hilft uns jetzt nicht weiter. Warte, ich mach's gleich, wenn wir... Ach, Jamie, beweg dich doch. Wieso bleibst du denn da stehen? Komm doch her, hier. Falls wir wieder sterben. Okay. Der frisst da seinen fucking Gummiburger, Alter, und chillt da. Sein Gummiburger. Wow! Sag doch, dass du hinter... Ja, oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Komm, lauf! Hier durch. Ja, hier durch, hier wie? Ja, 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 ich folge, ich folge, ich folge. Oh, ich hab dich rein. Nice guy, leider. Ah, Jesus. Boah, bin ich nicht so nah, ne? Ich hab noch nicht geduscht, ey. Oh, hier liegt das drin. Da war ein Amulett, was ihr nehmen hättet müssen. Was kann... Nehmen... Ja, ja, hätte man nehmen müssen. Ja, wenn man keine... Wenn nicht so ein Feen hinter uns gewesen wäre. Okay. Jamie, komm mal hier zum Eingang. Dann kann ich dich auch holen. Weil da attackiert nämlich keine Daunt. Oh. Oh. Warte mal, Leute, ich bin gleich wieder da. Hier und so. Oh, Jesus. Ich muss kurz, kurz, ganz kurz aufkacken. Nein. Ich bleib so lang kurz im Schrank. Wir wären dann am besten, wie wir das machen. Jeder einzeln oder in... Oh. Jeder einzeln oder in Zweierteams. Die liegen im Kellereingang und die können einfach droppen. Oh Gott, was war das denn jetzt? Oh, das ist mein Jumpscare. Wollte ich immer rumlaufen? Oh mein Gott. Das sind immer viel zu viele, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich spring runter. Ich laufe, ich laufe, ich muss, ich muss, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen. Oh, ich krabbel immer gerade. Scheiße, er hat mich gesehen. Jamie, komm hier rein. Schnell, 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 schnell. Da ist die Pianer. Da ist keiner. Oh mein Gott, da ist einer. Doch, 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 doch. Komm hier rein. Tja. Mach's jetzt, Kollege Schnürschuh. Jetzt geh ich wieder raus. Hä? Was machst du denn? Warte doch, bis er um die Ecke läuft, ey. Kohlem krabbelt er immer noch, ey. Okay, wo ist denn der? Oh, ey, der geht so langsam, ey. Was ist denn los, ey? Ist das hier ein Dings, Alter? Ränderverein, ja. Ist das ein Ränderhaus hier, Alter, oder was? So, Leute, ich bin wieder unter den Lebenden. Was hab ich verpasst? Ja, hallo, wundervoll. Nichts, was ist passiert, ey? Ey, ich hab hier vom Chat Typwechsel rein geknallt, kriegt, ich musste mir eine Perücke aufziehen. Ach so. So wie was man halt so an einem Donnerstagabend macht. Ah, Natalia ist jetzt wieder im Stream, oder was? Ja, Natalia, genau. Oh, ich hab den Kennleid auch mal gefunden. Oh, goll. Ja, genau, hier ist der Keller. Und irgendwo hier ist, glaub ich, so ein Ofen, das ist doch schon alles aufgemacht. Oh, hier Kohle. Weißt du sowas? Äh, Natalia? Ja, ja. Ne, wo? Ah ja, die Säcke. Genau, die Säcke musst du finden. Und die kommen dann in diesen... Ich glaub, hier ist auch kein Viech hier unten. Du glaubst. Waren sie nochmal. Oh, oh. Und ich hab Kelch hier. Drei Stück. Ih, da liegt so ganz komisch. Wie siehst du mir irgendwelche Schlüssel? Hm, hallo. Ich hab nackten Kerl gefunden, der liegt ein bisschen strange hier. Geil, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hat irgendwer von euch Schlüssel. Egal welche. Was? Hello there. Ne, glaubst du, der wacht dann wieder? Aber du musst deinen großen Zeh küssen. Da sind Hände bei diesem Raum. Ne, danke, ich verzichte. Okay, wir brauchen noch vier Kohle Säcke. Sind die alle im Keller? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da ist er hinter mir. Ich muss laufen, ich muss laufen. Ich bin runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau, hier ist einer. Ich bin im Schrankschutz. Du hast hier zu mir gelockt und noch einer. Ja, hab ich. Ich bin ein Aschloch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, ihr läuft einfach durch und wenn ich hier rausgehe, dann kommt da gleich dieser Brie um die Ecke oder was? Oh. Alter. Ich hab mir Überschatten hingelegt. Ju-ju-ju-ju-juu. Du hast mich gekriegt, ich bin dumm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab ein Schlüssel gefunden, der im Tisch drin ist, den man nicht nehmen kann. Oh, jetzt hab ich auch den Schneemann ehrlich... Boah! Boah, Alter. Boah, Alter, schreck mich doch nicht so. Cheat. Jogen. Jetzt hab ich auch den Schneemann gefunden, normal. Boah, der ist aber geil. Kann ich... �, weg hier. 萨. Wir kommen da nicht... Ja, nachterlich ist immer noch auf dem Klo, oder was? Ja, ja, ich hab Angst gehabt. Ich hab ihn gehört. Dachte ich. ja ich weiß doch wovon schau ich zeig dir wovon das ist das ist ein messer in wir schauen thomas komm mal wo ist hier ein dachboden ich muss aber ich verstehe dieses rätsel nicht ihr musst überdrehen schau ich hab weiß mit black mirror habe ich genug rätsel auf dem dachboden ich will nicht schon wieder kreise drehen ich glaube der kommt hier nicht rein ich hab schon wieder den doppelpack im aftung lauf weg wo sind denn da dachboden wieso hier ich hab auch locken ich lebe noch ich lebe noch also ich bin an einer location wo mich niemand erwischen kann glaube ich könnt ihr ihr könnt aber ich hier reinkommen in diesen raum ich glaube wir sind jetzt ziemlich einfach dem arsch war das eine spinne ja das ist eine spinne ich bleibe einfach hier ich werde hier dritt sterben das ist meine hälfte ist eine hälfte aber ich guck mal gleich zu ihr hier also ich sofort bestellen ich kenne die ganze map auswendig mit dem massivsten spürsinn ever alter der richte keller der riecht den typ der da hängt er liegt sorry hey jamie steht hier einfach rum wie so ein questgewer die spinne ist da irgendwo ich war gerade rausgetappt kommt die hier rein sagt mir nicht dass die hier reinkommt na hoffentlich die kommt jetzt hier unten rein ich glaube die ist zu fett für diese weg die ist zu fett ich bin tot im keller ich brauche hilfe ja warte ich bin alle im keller ich habe mich hier rück ich habe mich hier gefilmt ich habe mich aufschwunden oh mein gott da ist einer scheiße willst du mich verarschen jamie lass doch nicht hin hier jetzt aber oh nee ist aber wieder hier hä oh gott ich packe hier raus ich höre die spinne ist das der schrei ist das die spinne ja ja die spinne macht so äääh kannst du das bitte nochmal machen ich habe mich gerade gefunden in einem scheiß game oh hi oh mein gott ich höre dich rumlaufen ne gullum komm hier rein komm rein schnell 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 oh mein gott oh die ist ja wunderschön äh hier ist ein spinnennest wo man reingehen kann hab noch ein ventil und das wahrscheinlich das ich geh da rein egal oh nein das spinnennest ist das ventil hab's geschafft was habt ihr geschafft oh gott oh gott Hilfe oh oh was ist das was passiert hier da war ich da war ich auch sie ist einfach nackt also ich weiß also ich weiß das war das spiel das war das spiel leute ja und es gibt ja noch ein anderes ende das und es gibt ja noch ein anderes ende das aus dem alten bösen geborene monster wurde besiegt durch den tod durch den tod der kreatur ist die verbindung zwischen den haus und dunkel mich im film gebrochen was denn hä was ist denn das ne das gebe ich zurück es gebe ich zurück oh warum kommt jetzt mal richtig laute musik ne kann man nicht ne kann man nicht mehr hä warum bin ich jetzt ach so ich war ja tot tja das war das spiel leute hä ich dachte das ist wenigstens ein bisschen länger nein ich bin das super kurz und wir waren richtig scheiße jetzt haben wir mal gut gespielt so warte mal komm her was ist jetzt los alter hä was das für spinnen alter lichtgeschwindigkeit oder was hä hä oh mein gott müssen wir die spieße da noch rein welche spieße wum lauf oh mein gott nein lauf in die andere Richtung oh ich hab die doch immer im schlepptau oh ne die rennen wir doch alle immer hinterher die Typen ey ich kann doch nichts dafür oh das ist WC wir müssen hier immer selber noch hinten hä kannst du dich hier nicht rein machen wenn die nicht automatisch gespieße oder musst du gespieße finden ich hab die Spieße ich hab die Spieße ich weiß nicht ja oh ne konntest du die wirklich nicht aufhinsen oh Jesus Christ nein ich weiß nicht warum die vor der Spieße red kommt da oh der kommt oh nein der hat mich gesehen willst du mich verarschen ey ey ah der Kohle sagt doch was alter jetzt hab ich auf jeden Fall ich hab den Kohle sagt toll du ist stumm wie so ein fucking Dings oh willst du mich verarschen ey komm ich wusste gleich das hier ist Alter Kohle machst du mich stumm filmen oder was hä hä oh er hat euch gefehlt der sieht mich natürlich so klar ey ey ja hallo hallo ich würd ich würd laufen ich kai den ey 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 Sammer hä rennt der jetzt uns beide hinterher? oh ne jetzt rennt er mir hinterher nein rennt wieder dad wieder hinterher bitte nee ich will nicht ich hab schon boyfriend ich hab schon boyfriend ich rennt wieder hinterher nicht wieder ich ich hab schon boyfriend ey lauf doch nicht hoch zum Dachboden ey wo ist er die laufen da nach hinten okay dann können wir hier das Rätsel gucken was ist das die 1 2 3 4? die gehen nur nach oben und nach unten aber irgendwo muss ein Hinweis sein in der Küche ist ein Zettel und in und in irgendeinem Raum hier ist ein Zettel das ist nicht so ein toter Typ ey Achtung da kommt so ein wo wo also er kommt so langsam aber sicher vielleicht eventuell ich weiß es nicht hm okay alles klar notiert ja der gleich kommt da rein und will dann so ein Telekom-Tarif andrehen alter ja oh hier ist ne Scherbe im Maul vom Klöwen einfach gewesen oh ja nice ja perfekt noch mal ja ja alter boah da hast du richtig voll die krassen Augen ne wo ist denn oh 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 warte mal da war noch oh ok ja ich wollte eigentlich nur frische Luft schnappern schnappern ja lauf mal weiter weg oh nee da kann ich jetzt jemanden gehen oh mein Gott oh mein Gott der läuft auf mich der hat mich von 500 Metern geaggot der mag dich oh mein Gott drei Leute noch kann ich hier runterspringen wir sind einfach drei diese Typen vor mein Schrank du kannst nicht mehr du kannst viel Hilfe du brauch Hilfe hm lecker Hände Alexa scheinbar hat sich der Name oder das Passwort deines We-Langs geändert Alexa stopp Alexa stopp mein Liebsschlüsse ey wie Junge alter wie so ne echte Frau ey noch ein Labo ey Autsch ja der schlabert ja noch ein bisschen wieder ein Passwort so was schön die hört mir gar nicht zu weh ich weiß nicht mehr wo es hoch ging haben wir eben welche Schlüssel ja ist immer bisschen ja ich habe einmal ein wallet zum basement und schon men ich kenne oh mein gott kohle und wirst oben da war ich versuche ich versuche natürlich vorbei schleichen sieht er uns ich komme einfach nicht zu jamie der immer wenn ich dann in seine nähe komme ist oh mein gott wo warst du denn das da konntest du dich nicht bewegen oh mein gott jami ist natürlich auf kage gegangen willst du mich verarschen ich wollte mich im schrank verstecken da ist eine leiche rausgefallen ich habe den spiegel eigentlich auch mal gefunden und haben wir warte wer ich habe meine dinge reingelegt ich bleibe hier diesen pentagon die könnte ich direkt opfern weil ich bin hier kann man hier aufs dach ist scheiße ist man kann nicht so einfach runter ok gullum du lebst noch nach was hinter mir oder was okay ich habe sie rein ich dachte hinter mir war irgendwas wer hat geschrien nathalie warst du das nein ich habe nicht geschrien ausnahmsweise war nicht ich es hier ist ein rätsel habt ihr es schon gelöst habt ihr es wirklich schon gelöst nein 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 das war ein joke achso ist er jetzt hinter mir her ne hinter mir ok gut wie komme ich an dem typen vorbei ach komm als ob hier nichts ist noch zwei spiegel schatz ähm ich glaube jetzt habe ich auch dieses komische spinnenloch gefunden ja 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 das ist oben auf doch boden jamie ist ja tot will ich da durch ja ich bin gerade gestorben die spinne kam um die ecke die hässliche wo ist man sich wieder weg gehen ich höre sie du musst uns aber holen ich weiß ich bin auf dem weg runter was war das für ein ekel was macht die spinne das war ihr passungsruf warum ist oh jesus maria sie kommt sie ist da sie ist da lass mich hier rein ich bin wieder aus dem schrank raus los jungs schnell alter sie ist nathalie her nein sie ist jetzt wieder zurück na toll tut mir leid ich bin wieder aus dem schrank raus geploppt die hat dich angepumpt aber übel ey einfach arsch ins gesicht ouch ich fall grad die treppe runter hallo nathalie ciao nathalie achso nicht da lang achso ja gut ja ist egal wo man hier lang bleibt du bist ja auch verfolgt ist immer scheiße irgendwie ach da ist immer noch hinter mir ey wo ist hier in den schrank hier ist ein schrank ich lauf von mir in den gleichen schrank ne ich komm einfach nicht auto ich komm einfach nicht out of the closet kommen ey out of the closet wo ist diese spinne wieso ist meine musik nicht so heftig ich hab sie oh god alter schwasser teufel oh alter kommt die einfach reingedrescht ne zimmerservice ich hab heißer handliefer ich hab voll richtig sie ist weggelaufen ne ich komm mal zu euch ja schnubidiwupp hat sie dich aufgefloppt alter ey ich darf echt nicht so schreien was nur schlimmer als das schon ist hä warum hab ich denn ganz creepy musik da hinten ist einer ich will einfach nur zur küche ich hab eine richtig schlimme musik und ich weiß nicht woher sie kommt spinne on me spinne on me spinne on me spinne on me hilfe damit will ich nichts zu tun haben das hör so ich hör die ganze zeit diese spinne hier rum ja ich auch und ich hab so richtig wow wow oh my god lauf lauf hier 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 lass mir vor ich lass mir vor ich seh den fuß ich seh samanda zeig den fuß der fuß kam die männer und kinder zuerst der fuß kam ich denk ich weiß nicht ich wurde von ich wurde von dem hässlichen gesicht und den brüsten abgelenkt die tür ist jetzt doch das ist nusslos alter voll eskaliert hä warum schon wieder so drama musik ich komm hier nirgendwo hin ich komm hier nirgendwo hin was ist denn das hier ihr spawnt irgendwie in jeder ecke was wer hat das programmiert ey haben die einfach schädelt auf die tasse auf to geknallt oder was was ist denn jetzt hier ok jamie wird gejagt das ist schon mal die opportunity oh die spinne oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich will raus lass mich hier raus lass mich hier raus oh mein Gott wie ist denn zu mir oh Jesus Christ das ist der so geil dass er so geil von mir aus UWOLEM stirbt und Natalie´s Name war mal einfach nur irgendwo in die Richtung auf mein Bildschirm weil sie weit weg von ihnen mach die Tür zu du kommst hier nicht rein dich rein sie glitzt durch die Tür Oha, sie hat mich voll geblischt. Ey, sag mal. Ja, ich bin an ihr vorbeigejumpt. Ja, der erhöht mich. Wie? Hä? Ähm. Ähm. Oh ja, lass die Tür offen, dann können wir raus. Alter, ich hab Kohlebs Hintern im Gesicht. So, Junge. Easy. Wir können uns aber schon mal aussuchen, wie wir das Rätsel hier machen. Hola! Oh no! Iiiiih! Die ist voll sexy. Der Kohleb, dein Arsch ist in meinem Gesicht. Aber volle Kanne. Kohleb, Alter. Das macht man doch nicht bei einer Lady, ey. Da pupst man doch nicht einfach. Das hält man die ganze Zeit drinnen. Oh Gott, da kommt er natürlich, ey. Geht er bei euch vorbei? Nee, er kommt zu dir. Ich bin im Schrank, haha. Da kann er mich nicht sehen. Ich kann einfach durchgucken. Ich kann mich reiten. Du siehst doch die Hilfe von meinem Körper. Warte, wo bist du? Hä? Hä? Du bist in mir. Komm raus hier. Hä? 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 Wieso, wieso kniet? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Er ist einfach hingefallen. Ist das Tür? Oh mein Gott, Alter. Oh shit. Hä? Ach, was ist mit dem? Ja, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist cool, ey. Was ist denn das für ein Snack, Alter, da drin? Insane. Oh, danke schön. Hab ich es richtig gelöst? Hä? Wie jetzt? Hä? Was geil. Ich mach Anzeige in dir. Du und schau. Ich bin in den Arm gekrabbelt. Und dann hier. Nee, komm her. Hier, komm her. Oh, Jesus Christ. Hä? Ah, Jumpscare. Was ist denn los? Komm her. Komm her. Oh, wieso ist jetzt die Tür zu? Hast du den Shark genommen? Das ist normal. Ja, hab ich. Komm her. Wo ist der letzte? Ach nee, das war der letzte. Schau, hier. Komm her. Da. Oh, fucking smart, Alter. Ohhhh. Ohhhh. Jetzt bin ich sprachlos. Boah, da siehst du, dass Golem in die Schule geht, ey. Oh. Ähm. Ach du. Äh, äh, äh. Okay, wir brauchen noch einen Shark, oder was, ne? Noch einen Shark. Wir haben den Schädel. Die Spinne. Ja, wo ist denn der letzte? Wo könnte denn das sein? Oh, oh. Hä? Links-Rechts-Kombination. Links-Rechts-Kombination. Ich bin am Erkenntnis. Vielleicht im Dachboden. Auf dem Dachboden. Ich bin am Erkenntnis. Achtung. Die Spinne. Golem, die Spinne. Nicht zu mich verarschen. Golem, die Spinne. Oh, oh. Ah, ich kann sie spielen. Wie alt denn? Ich kann ihre Harge... Ohhhh! Oh, oh fuck. Ich geh nach rechts. Sie hat mich durch die Wand. Ohhhh. Sie ist doch voll saftig, die, Alter. Ich konnte... Ich konnte ihre Harge... Meine auf meinen Lücken spüren. Oh, mein Gott. Sie steht vor meinem... Sie steht vor meinem Schrank. Geh weg. Ih, der fettarsch. Geh da weg. Ist bei der, ne? Ja, also ich stehe eben davor, ja. Aber da läuft gerade einer den einen langen. Oh mein Gott, will sie mich verarschen? Ja, genau den meinte ich. Alter, was willst du? Oh, oh, oh. Geh mal kacken, ey. Tschüss. Bin im Schrank, warte, ich komm gleich. Golem. Oh, Jesus. Oh, hi. Oh, ähm. Der Schrank ist besetzt. Oh nein. Oh, jetzt geht ein, ey. Mach die Schranktür auf. Ey, jetzt kämpft er mein Schrank. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich hab keine Ahnung. Ich laufe einfach. Ich mach dich viel zu. In der Hölle. Ich glaub auch. Ich kann's nicht aufbauen. Oh, hi. Hä? Wird mich denn aus dem Schrank ausbauen? Wer war das? Ich nicht. Wie war's nicht? Du Arschloch. Kann jetzt einer endlich mal diese scheiß Library aufmachen? Ich komm. Ja. Würde ich gerne, wenn hier nicht. Ey, weißt du dich verarschen, ey. Sag mal, was ist hier los, ey? Hä? Ich hab's nicht geholfen. Mal vorbeilaufen. Tschüss. Ich hab's nicht. Hey, Leute. Hier. Hier. Ist überall jemand, ne? Hallo, Natalie. Hi. Tschüss. Oh nein, oh nein. Hier. Hey, wo ist das, was ich such? Hier. Hä? Ey, die sind alle auf einem Haufen, ey. Lass mich in die Kiste. Die falsche Richtung, ne? Ja, ich bin in meiner Kiste. Da kriegst du nicht weggeschissen hier, ne? Was sind wir denn? Tür ist auf. Hab's aufgemacht. Oh mein Gott, hier ist riesen. Oh Jesus, das ist die Spinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Wie hast du mich denn jetzt gekriegt? Die Brüste in meinem Gesicht. Ich bin tot. Hä? Können wir die Plätze tauschen? Vielleicht. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Lauf. Alter, ich brauche einen Schrank oder sowas. Ach doch. Oh nein. Willst du mich verarschen? No. Oh. Oh, GG. Oh. Blub. Oh, Drama, Drama Music. Bei mir. Oh, deshalb. Oh, sie spielt. 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 Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Ich renne immer in die falsche Richtung. Ich auch. Ich renne immer zum Van zurück. Das. Bro, geh mal. Okay. War nicht ernst. Ich habe auf der Fall die Library gefunden. Das ist toll. Hast du schön gemacht. Danke. Jetzt kommt Sternchen. Jetzt Sternchen. Ah Gott. Sag mal, was ist denn jetzt los ey? Chill doch mal ey. Ach, was war das? Mein Blutdruck ist schon 160, 120. Spinne on mich, spinne on mich, spinne on mich. Jetzt schon? doch so eine bibliothek sein oder dass der letzte sommer so war noch die sinne waren alter ich will ich habe einen schlüssel zur library ich habe schön in der kiste ganz toll du hast mich du hast mich in meinem loch mein loch mann ins library thomas kümmert sich das ist ja voll eskaliert mein loch das ist noch schlimmer macht mir dahinten zwei leute spaß bad oder was wir haben doch fünf mal gesagt ja ich höre nicht zu ich bin so ein bisschen blöd und hier ist die chart drin aber das ist wahrscheinlich ein rätsel ja wir machen das spiegel oben ist ein spiel auch richtig raus treiben im wehen oben ist ein spiegel der licht macht und dem muss man muss man sagen wie das funktioniert ich muss nur leben sieht er mich hier durch meine oder mich gesehen müssen ich verarschen irgendwie eine person muslimmigkeiten ich habe sie mich auch okay ich habe ein spiegel gerät hast du sterbe ich dachte der jagt mich jetzt ich weiß jamie und jamie wir rennen jetzt wir rennen jetzt das go wir finden schon die scheiße jetzt ich bin jetzt und jetzt ich hab sie gehört wir sind nur bei mir so oder ist das irgendwie scheiße dolle verpixelt es geht die das eigentlich soll der rung wirklich die hat sich gerade okay die hat sich gerade voll angetan warum was ist was passiert hier was mit den augen los hä ich sehe brüste hä oh jetzt ist sie hübsch ne ne nicht wirklich nicht wirklich was macht sie Was hat die denn? Das war Dance Battle. Ich beanspruche. Ich beanspruche. Ich beanspruche. Hä? Das ist nett jetzt. Oh, Happy End. Happy End. Hä? Ich merke es gut, dass Happy End Dave fast gestorben. Leute, 5 Euro für ein Animator, Alter. Als ich die Animation nimm, dann warst du ein bisschen wie in so einem Ubisoft-Game, ohne Scheiß. Ja, Spiel durchgespielt. Ja, wundervoll.